Hallo, ich bin Julia Nachtmann und ich habe gleich mal eine Frage an euch. Wisst ihr, wie das Christkind aussieht? Also ich weiß es nicht, weil ich habe immer versucht, es noch zu erwischen und es war immer schon weg, wenn ich gerade den Raum betreten habe oder so. Vielleicht kennt ihr das ja auch. Und Lena und Josch, denen geht das auch so und die haben aber in dem Hörbuch alle Jahre wieder von Juli C. eine ganz besondere Begegnung mit dem Christkind. Und wie die aussieht und wie sich die anhört, könnt ihr in dem Hörbuch hören. Und das habe ich gelesen. Also viel Spaß!